Moin YouTube, was geht ab? Euer Olex12 und Schnell2 ist seit langem wieder am Start. Ich weiß, es ist jetzt lange Zeit her, frag an vielen Sachen, aber jetzt will ich wieder durchstarten. Auch mit Alemania-Content demnächst, bleibt mir da gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Hab schon so ein paar Vorstellungen, was ich machen will. Aber heute kommen wir erstmal zu meiner EM-Prognose. Da hab ich mir schon einige Gedanken gemacht. Erstmal tippe ich hier die Gruppen und dann die K.O.-Phase. Und danach werde ich noch ein paar Kategorien wie bester Torschütze, bester Spieler, bester Torwart und so weiter vorstellen. Starten wir mal rein mit Gruppe A. Da bin ich der Meinung, dass Deutschland auf dem ersten Platz landet. Ist vielleicht noch nicht alles so gut, wie es manchmal scheint, aber auch nicht so schlecht, wie es manchmal scheint. Aber ich denke, Deutschland wird diese Gruppe relativ problemlos auf dem ersten Platz abschließen. Dann, habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, habe ich tatsächlich den zweiten Platz Ungar. Irgendwie habe ich das Gefühl, die könnten da gut sein. Und auf dem zweiten Platz landen mit Schoboschlei. Danach sehe ich dann als dritten die Schweiz, die natürlich auch viele Bundesliga-Spiele haben. Und generell auch viele Spieler, die meine Bundesliga waren oder auch andere Spieler. Ja, aber ich denke, Ungarn wird irgendwie vor der Schweiz abschließen. Und Schweiz wird dann auf dem dritten Platz abschließen. Und auf dem letzten Platz dann die Schotten. Haben zwar auch hier und da guten Spieler, aber irgendwie sehe ich da nicht, dass die Schotten hier irgendwie vor Schweiz oder Ungarn... Ich meine, Ungarn könnte ja auch auf Platz 3, aber ich denke, die Schotten werden der vierte sein. Und dann kommen wir mit Gruppe B schon zu einer echt starken Gruppe mit drei starken Mannschaften. Und jetzt fange ich mal von hinten an, denn da sollte der letzte klar sein. Also alles andere wäre für mich eine Überraschung in der Albanien vor Italien, Spanien oder Kroatien sein sollte. Für mich der klare vierte hier in der Gruppe sollte eigentlich klar sein, aber man weiß ja nie. Aber für mich hier keine Chance und der klare vierte. Auf dem dritten Platz sehe ich dann die Kroaten. Haben mich schon oft in WMs und EMs überrascht, überzeugt. Aber ich sehe diese EM nicht ganz so stark. Vielleicht täute ich mich auch, aber irgendwie mein Gefühl sagt mir, dass es diese EM nicht so stark wird. Auf dem zweiten Platz sehe ich dann den amtierenden Europameister. Und auf der eins sehe ich dann die Spanier. Wo ich einfach das Gefühl habe, dass sie in der Gruppe B am stärksten abschließen werden. Italien zwar auch stark, aber ich sehe Spanien irgendwie noch einen Ticken weiter vorne aktuell. Mit den ganzen Talenten. Und ja, das ist einfach eine, sag ich mal, geschlossene Einheit. Viele aus Spanien. Mit viele von einem Verein. Viele von Barcelona. Mal gucken, was Laminha mal so abliefert. Der könnte, denke ich, auch dafür große Aufruhr sorgen. Und ja, die sehe ich auf dem ersten Platz. So sieht dann meine Gruppe B aus. In Gruppe C sehe ich England auf dem ersten Platz. Ja, haben eine sehr gute Mannschaft. Die Engländer werden wahrscheinlich auch ein gutes Turnierergebnis abliefern. Waren ja bei der letzten EM im Finale und sind dann im Elfmeterschießen. An den Italienern gescheitert. Auf der zwei knapp dahinter sehe ich dann die Dänen. Vielleicht sogar beide sieben Punkte, weil das direkte Duell unentschieden ausgeht. Vielleicht gewinne ich das aber auch. Aber ich sehe die Dänen auch in diesem Turnier wieder als starken Mitkonkurrenten. Und denke, dass die dann eine gute Leistung abliefern werden. Auf der drei sehe ich dann die Serben, die sehr viel Potenzial haben. Aber ich denke, Dänemark wird dann schon auf dem zweiten Platz landen. Und da auf jeden Fall schon mal sicher weiterkommen. Und auf dem letzten Platz sehe ich dann die Slowenen mit meiner Meinung nach dann nicht genug Klasse, um an Serbien oder Dänemark vorbeizuziehen und vor denen zu stehen. Und dann kommen wir, denke ich mal, zur absoluten Hammergruppe der Gruppe D. Manche sagen vielleicht, Polen wäre das klare Schlusslicht. Sind bei mir auch das Schlusslicht. Aber wer weiß, vielleicht holen sie auch da und hier was mehr Punkte und springen dann irgendwie auf den dritten Platz. Auf dem dritten Platz kommen nämlich überraschend, oder für manche vielleicht auch nicht überraschend, die Niederländer. Ja, mir irgendwie überzeugt es mich noch nicht so ganz, dass ich sehe, dass die hier irgendwie souverän durch die Gruppe gehen. Und da denke ich einfach, dass die Österreicher hier auf dem zweiten Platz landen. Und klarer Favorit, wobei nicht unbedingt klarer Favorit, aber ich denke schon, dass sie den ersten relativ sicher holen werden. Frankreich, die für mich auch einer der Titelaspiranten sind. Und dann kommen wir zur Gruppe E. Da sehe ich ganz klar auf dem letzten Platz die Rumänen. Auf dem dritten Platz sehe ich dann die Slowakei. Der Gruppensieg entscheidet sich für mich sowieso hier zwischen den Belgiern und den Ukrainern. Die Ukrainer konnten wir ja im vorletzten Testspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft sehen. Da waren sie sehr defensiv ausgerichtet, aber allein wenn man sieht, was die alles in der Offensive haben. Von Girona, Zygankov und Dovnik und auch Mudrik von Chelsea. Klasse Spieler, auf jeden Fall Spieler, die viel für die Ukrainer erreichen können. Aber für mich eben hinter Belgien auf dem zweiten Platz. Belgien dann auf dem ersten Platz. Die für mich, wenn man es vielleicht so sagen will, vielleicht so eine zweite goldene Generation wäre zu viel gesagt. Aber jetzt nochmal, irgendwie viele Spieler bekommen haben, die in der letzten Saison sehr abgeliefert haben. Ich sehe die hier auf dem ersten Platz. Und dann kommen wir zur letzten Gruppe. Da ist für mich wieder ein klarer Gruppenvierter. Ich sage jetzt oft klarer Gruppenvierter. Am Ende in einem Monat werden wir dann sehen, wie viele klarer Gruppenvierter das dann am Ende wirklich waren. Aber hier sehe ich die Giorgia auf dem vierten Platz. Mit Mamadashvili von Valencia und Varadzkelia von Neapel. So ihre einzigen Spieler, die man auch wirklich kennt und die auch wirklich herausstechen können. Sonst hier und da auf jeden Fall gute Spieler. Aber ich denke nicht, dass es reicht, um irgendwie Türkei, Portugal oder Tschechien auf den vierten Platz verdrehen zu können. Auch auf dem dritten Platz sehe ich dann die Türken. Viele sehen sie ja auch vielleicht sogar auf dem zweiten. Oder ich habe es auch ab und an gesehen, dass welche, die auf den ersten tippen. Ich sehe sie irgendwie nicht so stark. Ich kann mich noch erinnern, vor drei Jahren eher jeder hatte oder nicht jeder. Aber es wurde viel gesagt, Türkei geheimfavorit. Und dann sind es am Ende sang- und klanglos ausgeschieden. Ich denke, sie werden diesmal auf dem dritten Platz landen. Dann auf dem zweiten Platz für den einen oder anderen vielleicht verwunderlich. Aber sehe ich die Portugiesen und dann Tschechien auf der 1 irgendwie geben die so mir als vielleicht kleiner Geheimfavorit, kleine Überraschung, auch irgendwie hier ein gutes Gefühl, dass die diese Gruppe auf dem ersten Platz abschließen könnten. Und jetzt müssen wir entscheiden, welche Gruppen dritten hier eben weiterkommen können. Vier könnte sein. Und da habe ich mich für die Schweiz entschieden aus Gruppe A, für Niederlande, Slowakei und die Türkei. Somit würden bei mir Kroatien und Serbien ausscheiden. Dann gehen wir weiter. Und jetzt sind wir in der K.O.-Phase angelangt. Und da geht es los mit den Spaniern gegen die Slowakei. Und da ist für mich Spanien der Favorit und wird auch bei mir ins Viertelfinale einziehen. Dann haben wir unsere DFB-Elf gegen Dänemark. Dänemark auf jeden Fall nicht zu unterschätzen mit vielen jungen Spielern, vielen Spielern, die auf jeden Fall was für Dänemark reißen können. Dennoch sehe ich unsere DFB-Elf da. Natürlich mit einem schwarz-rot-golden Herz im Viertelfinale. Dann haben wir mit Tschechien gegen Schweiz. Wie ich finde, ein recht ausgeglichenes Duell. Tschechien, Schweiz eine gute Mannschaft. Tschechien eine gute Mannschaft. Auf beiden Seiten ein paar Bundesligaspieler mit dabei. Und hier sehe ich dann die Tschechien mit einem knappen Vorteil. Und somit im Viertelfinale gegenüber der Schweiz. Dann haben wir unsere Nachbarn aus Österreich gegen die Ukraine. Österreicher generell immer so viele Bundesligaspieler, viel Qualität eben. Dann auch, wenn man aus dem Top-5-Ligen da besetzt ist. Und ja, Ukraine, habe ich ja eben schon gesagt, auf jeden Fall auch eine gute Mannschaft. Hier sehe ich dann die Österreicher knapp vor der Ukraine. Ich denke, wird auch ein knappes Duell. Aber die Österreicher dann doch im Viertelfinale. Dann haben wir doch, wie ich denke, ein spannendes Duell mit den Belgiern gegen die Niederländer. Dann sehe ich die Belgier eben dann vor den Niederländern und somit im Viertelfinale. Dann haben wir ein sehr spannendes Duell. Für mich auch zwei Mannschaften, die den Titel auf jeden Fall holen können. Frankreich gegen Portugal. Frankreich natürlich der absolute Top-Favorit. Von der Qualität her sehr weit vorne. Und ja, Portugal auch eine gute Mannschaft. Vielleicht oder sehr wahrscheinlich das letzte Turnier. Wer weiß, vielleicht nimmt da auch nochmal die WM 26 mit. Aber wohl das letzte oder zumindest vorletzte Turnier für Cristiano Ronaldo. Ich will da denke ich nochmal Vollgas geben, um die EM irgendwie zu holen. Aber ich denke, die Franzosen werden die Portugiesen ausschalten. Und hier dann gegen Belgien im Viertelfinale stehen. Weil ich doch die Franzosen dann mit Qualität und dann einfach in diesem Spiel gegen Portugal vorne sehe. Und dann haben wir doch für mich ein scheinbar klares Duell. Und das kann ich auch kurz machen. Ich sehe die Engländer im Viertelfinale. Italien hat dann meiner Meinung nach doch auch einen etwas einfachen Gegner. Aber auch auf jeden Fall einen Gegner, der nicht zu unterschätzen ist. Der sicherlich defensiv gut stehen kann und nach vorne auch den einen oder anderen Akzent setzen kann. Aber ich sehe Italien hier auch vorne, also den Favorit. Und somit sehe ich sie auch im Viertelfinale. Und somit haben wir unsere Viertelfinale-Paarungen. Und kommen wir direkt zum ersten Duell unserer DFB-Elf, die gegen Spanien dann ran müsste in meinem Szenario. Spanien eine verdammt starke Mannschaft. Haben wir auch irgendwie selten Wut gegen ausgesehen. Letzte WM dann 1-1 gegen geholt. Und diesmal irgendwie, ich kann es auch nicht so ganz begründen. Ist auch mit schwarz-rot-goldener Brille ganz klarer Fall hier. Aber ich sehe unsere Deutschen im Halbfinale. Und somit kommen wir zur nächsten Begegnung. Mit zwei finde ich dann Überraschungsmannschaften, die da schon im Viertelfinale stehen. Tschechien und Österreich. Denke ich schon eine Überraschung. Und einer von denen wird eben im Halbfinale stehen. Und dann sage ich, entgegen vieler, die auch Österreich irgendwo im Halbfinale stehen haben, finde ich tatsächlich wahrscheinlich so fast als einziger die Tschechien ins Halbfinale. Wie gesagt, ich habe da irgendwie ein Gefühl so, dass Tschechien vielleicht wie zum Beispiel die letzten Jahre Dänemark oder auch bei der WM Marokko so ein Kandidat sein könnte. Den, denke ich, nicht so viele erwarten, wo ich auch, glaube ich, nicht gesehen habe, dass es den einer auf Platz 1 gibt. Zumindest so die Predictions, die ich gesehen habe. Aber bei mir stehen sie plötzlich dann eben auch vielleicht ein bisschen dank des Turnierbaums, der jetzt auch nicht ganz dankbar ist. Also Schweiz und Österreich sind gute Gegner, aber eher machbar, als wenn man jetzt auch Spanien treffen würde. Oder so, wie auch immer. Auf jeden Fall sehe ich die Tschechien hier im Halbfinale. Dann haben wir Belgien gegen Frankreich. Vielleicht war ich hier mit der ungewöhnlicheren Route. Aber ich denke, hier scheidet Frankreich aus. Und damit sind die Titelträume dann auch beendet. Auch wenn Frankreich eine gute Qualität hat. Und auch auf jeden Fall das Zeug hat. Also jeder, der hier sagt, Frankreich kommt ins Halbfinale, würde ich auch absolut verstehen. Ich sehe, das heißt, ich sehe die Belgien ein Stück weit vorne. Ich muss auch viel nach Gefühl gezogen. Also ich sage jetzt nicht einfach, ich ist hier nach Gefühl gefühlt. Also die Belgier haben jetzt ja nicht keine Chance, gegen Frankreich ins Halbfinale eben einzuziehen. Und ich tippe eben auf die Chance, dass Belgien gegen Frankreich eben ins Halbfinale einzieht. Und somit dann schon eine kleine Enttäuschung für die Franzosen. Denn ich denke, die sehen sich schon mindestens im Halbfinale, wenn nicht sogar im Finale. Und Viertelfinale wäre dann schon so eine Enttäuschung. Dann kommen wir zum letzten Viertelfinale. Hier sehe ich diesmal nicht die Italiener vorne. Haben eine gute Mannschaft. Aber ich denke, der Titelverteidiger wird im Viertelfinale ausscheiden. Und diesmal werden eben die Engländer die Nase vorne haben. Da haben wir als erstes Deutschland gegen Tschechien. Und ja, Tschechien auf jeden Fall wäre eine Riesenüberraschung, wenn die tatsächlich ins Halbfinale kommen. Und ja, Deutschland wird der eine oder andere vielleicht sagen, ist auch eine Überraschung, wenn die ins Halbfinale kommen. Aber sicherlich auch nicht unmöglich. Ich denke, Deutschland hat immer noch das Potenzial, einer der besten Mannschaften in diesem Turnier zu sein. Aber sie müssen es eben auf den Platz bringen. Bei mir bringen sie es auf den Platz. Und setzen sich eben in diesem Duell gegen die Tschechen, die dann einen starken Weg geleistet haben bis ins Halbfinale, eben durch. Und somit wäre Deutschland der erste Finalist. Hier mit Spanien einen starken Gegner besiegt. Und mit Dänemark dann vielleicht einen Schwächeren, die aber auch nicht zu unterschätzen sind. Und gegen Tschechien dann eben ins Finale einzieht. Dann denke ich, haben wir hier ein spannendes zweites Halbfinale mit eben den Belgiern, die auch meiner Meinung nach ins Halbfinale einziehen werden. Haben denke ich auch nicht so viele getippt gegen die Engländer. Und die Engländer werden bei mir gegen Deutschland ins Finale einziehen. Und dann haben wir ein spannendes Finale mit eben unseren DFB-Elf, die in Berlin eben dann gegen die stark besetzten Engländer auftritt. Und dann denke ich, mit ganz viel schwarz-rot-goldener Brille, aber auch nicht unrealistisch. Vielleicht auch nicht unbedingt realistisch, aber nicht ganz unrealistisch. Und da bleibe ich auch, das ist jetzt nicht nur mit schwarz-rot-goldener Brille hier getippt. Und wir marschieren hier als erster Durchschnitt und dann zack, 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 zack und Turnieren in den Sieg. So ist es nicht. Ich denke schon, dass Deutschland auf jeden Fall die Qualität hat, diesen EM-Titel zu holen. Aber vielleicht tut es ihnen auch mal gut, wenn sie vielleicht nicht jeder oben schön hat und sie dann so ein bisschen... Klar weiß jeder, dass Deutschland gute Spiele hat. Vor allem jetzt, weil wir gut ins neue Jahr gestartet haben, haben uns vielleicht hier der eine oder andere noch mal mehr auf dem Zettel. Aber ich denke nicht, dass so viele sagen werden, dass Deutschland eben ins Finale einzieht. Aber ich bin euphorisiert, ich bin optimistisch und sage eben, dass Deutschland hier das Turnier gewinnen wird im Finale gegen die starken Engländer. Die aber auch ein gutes Turnier spielen werden, aber dann eben wieder im Finale scheitern werden. Und dann kommen wir noch zu meinen Kategorien, wo ich mir dann auch hier ein paar Gedanken gemacht habe. Da fangen wir dann mal an mit meinem Top-Torschützen und da gehe ich mit Harry Kane. Ich denke, der wird wieder eine gute Turnierleistung abliefern, wird viele Tore machen und vor allem schießt er bei England die Elfmeter. Ich denke, der wird dann seine 1, 2, vielleicht auch 3 Elfmeter reinmachen und eben nebendran eben noch so viele Tore schießen, dass er eben dann zum Top-Torschützen bekrönt wird. Top-Vorlagengeber bin ich mit einem Deutschen gegangen, auch wenn ich gedacht habe, oh, vielleicht scheinen sie sich die Vorlagen zu sehr auf. Da bin ich jetzt in dem Fall von Moseala und Würz ausgegangen. Aber ich entscheide mich hier als Top-Vorlagengeber dann letztendlich für Florian Würz. Ich denke, der wird das Ganze machen. Top-Scorer ist bei mir Harry Kane, den sehe ich eben da vorne, weil er eben auch der Top-Torschütze sein wird. Da wird er dann seine 6, vielleicht auch 7 Tore, vielleicht auch nur 5 Tore auf jeden Fall sehen. Und dann da auch Paolo Waller dann vielleicht neben seinen Toren eben auch noch 2 Vorlagen oder so beisteuern wird. Und dann eben auch zum Top-Scorer gekürt wird. Und dann habe ich noch meinen besten Spieler. Und da habe ich mich für Bellingham entschieden, der nach seinem Wechsel von Dortmund zu Real wirklich eine unglaubliche Saison hatte bei Real Madrid. Ja. Und dann kommen wir zu meinem Torwart des Turniers. Hier bin ich so ein bisschen die Halbfinalisten durchgegangen. Ich denke, dass ich im Torwart des Turniers dann doch mindestens im Halbfinale stehen muss, wenn nicht sogar im Finale. Bei mir steht er im Halbfinale. Bin durchgegangen. Deutschland. Vom Neujahr halte ich nix. Also halte ich nix, wird sich jetzt hart an, aber ich glaube nicht, dass er Torwart des Turniers werden kann. Nach den Platzern jetzt vor kurzem. Und ja, England kann man sowieso nicht unbedingt drauf tippen. Tschechien würde ich jetzt auch nicht drauf tippen. Und so bin ich dann bei Belgien gelandet. Und ich denke, Castils kann da eine gute Leistung abliefern und kann Torhüter des Turniers eben werden. Dann haben wir noch meine Überraschung und meine Enttäuschung. Ich denke, Überraschung wird ganz, ganz klar sein. Anhand meines Turnierbaus. Da habe ich die Tschechen auserkoren. Und Enttäuschung ist bei mir. Da habe ich mich entschieden zwischen den Kroaten und den Niederländern. Die Niederländer ziehen bei mir bis ins Achtelfinale. Und bleiben dann aber eben gegen die Belgier aus. Deswegen sicher nicht das, was man sich bei den Niederländern wünscht. Aber die Kroaten habe ich auserkoren, dass sie in der Gruppe mit Spanien, Italien und Albanien eben als Dritter abschließen. Dann aber eben ausscheiden als einer der zwei schlechtesten Gruppen Dritten. Und die letzten Jahre hatte ja Kroatien schon so den Status, dass die eigentlich immer überraschend waren. Und dann eben immer auch im Halbfinale standen. Besonders bei WMs, wo sie eben auch mal im Finale waren gegen Frankreich. Und ja, aber dieses Mal sehe ich sie eben nicht so stark. Scheiden bei mir dann eben als Gruppendritte aus. Und sind bei mir die Enttäuschung des Turniers. Habe jetzt in Zukunft dann hier und da auf jeden Fall noch ein paar Videos geplant. Und will da auf jeden Fall auch wieder aktiver werden. Also ich kann schon mal so viel sagen. Spielszenen werde ich nicht mehr hochladen können. Aber irgendwie vielleicht so vlogmäßig ein bisschen im Stadion die Stimmung filmen. So habe ich vielleicht gedacht, dass ich da was machen könnte. Und sonst auch hier und da ein paar Videos so zu Alemannia. Und eben auch zu anderen Sachen. Also schreibt wirklich alles, was ihr in den Gedanken habt. Dann eben in die Kommentare, wenn ihr sagt. Och, Cedric, ich will noch eine Bundesliga-Prognose von dir sehen. Dann schreibt das in die Kommentare. Dann ist das nicht so hundertprozentig sicher, dass ich das mache. Aber dann kann ich da gerne mal gucken eben. Dass ich mich da mal ansetze. Und eben dann auch eine Prognose zur Bundesliga mache. Oder eben auch eine Prognose zur dritten Liga. Wo wir ja jetzt frisch drin wieder sind. Darin aufgestiegen sind. Oder Bewertung unserer Transfers. Oder generell. Aber vielleicht werde ich da so oder so was zu machen. Aber wie gesagt, schreibt immer Feedback in die Kommentare. Feedback auch zu diesem Video. Wie es euch gefallen hat. Und eben zu anderen Sachen, die ihr sehen wollt. Oder die ihr loswerden wolltet. Dann würde ich sagen, war es das für das Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn es euch gefallen hat. Schreibt wie gesagt einen Kommentar. Und aktiviert eben auch die Glocke. Damit ihr nichts mehr verpasst. Denn jetzt kommen eben wieder öfter Videos. Und ja, dann verpasst ihr keins mehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Orlex und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja.